Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir zocken heute El Torero. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Wir starten natürlich direkt mit dem Freispielen. Es ist natürlich blöd, dass er reinstoppt, aber das können wir nicht ändern. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, wie es läuft. Das läuft doch schon mal ziemlich gut, oder? Was meint ihr? Okay, wir sind bei Runde 5 von 10 und wir sind jetzt schon bei zwei Action Games. Ich würde mal sagen, das kann gut weitergehen, aber warten wir es mal ab, wie es läuft. fantastische Musik E Polish und E E Und weiter geht's, ich würde mal sagen, neue Runde, neues Glück, oder? Und weiter geht's. Okay, wir sind bei Runde 4 von 10 und wir haben schon 5 Toreros. Ich würde mal sagen, das läuft richtig gut. So kann's weitergehen. Toreros! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Torero! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020